Nix, alles gut. Willkommen zurück, Freigammer. Stark McFly wieder am Start hier mit Blair Witch Project VR. Wir haben die Sägemühle hinter uns gelassen, haben Kava kennengelernt. Und er quatscht jetzt mit uns. Danke dir. Okay, wir müssen etwas suchen. Bekämpfung von Angstneurose empfangen. Scheint stabil zu sein. Er hat kein Gespräch über den Wald oder seinen Freund. Ich muss zugeben, dass ich mich um diesen Patienten zudem sorge. Alle scheinen die Sache hinter sich gelassen zu haben, aber er spricht nach wie vor nicht über den Wald. Was fast unheimlich ist. Er interessiert sich fürs Wandern und für die Jagd. Man bot ihm ein Stipendium in einem anderen Bundesstaat an, aber er will die Stadt partout nicht verlassen. Irgendetwas hält ihn hier fest. Jetzt bin ich das. Geht's hier um mich? Ist das alles eine Erinnerung oder so? Hier ist schon wieder so ein Holzdingen. Da ist doch irgendwas drauf gemalt hier, ne? Verstehe ich aber nicht. Das könnte rechts so ein Weizen sein. Das könnte ein Fluss sein da unten. Hm. Ja, ich komm gleich. Ich hab hier noch ein Foto. Also sie macht sich nicht mal mehr die Mühe, die Namen aufzuschreiben, die Hexe, ne? Interessiert die gar nicht mehr, wen die tötet. Und hier ist meine Kamera. Hau mal, Kamera. Ich gucke mich weiter. Ich sage das, die mich mal. Ich Namel. Und hier ist die Möge. Ich bin die shaving. Ich werde dich darauf machen. Mal sehen, dass Sie sich nach vorne. Die Mönchheit hat nicht gehalten. Sie schauen die Möge. Ich bin in der Tat. was ist jetzt los ich bin die kamera jetzt ich war die kamera habe ich denn ein messer bekommen wie soll ich denn die zweige abschneiden okay alles klar dieser weiße baum der uns ja überhaupt gar keine angst gemacht hat den dürfen wir jetzt wieder suchen also ab in den wald okay ich gehe mal hier lang kann sein dass ich dann wieder im camp rauskomme aber da war ja so eine abzweigung gerade oder hier ist vielleicht auch eine sackgasse ne ich habe doch gerade immer was gegessen das sind komische geräusche manchmal das muss mal einer verstehen hier geht es wahrscheinlich wieder zum camp zurück ach so ja dann versuche ich mal da vorne rechts zu gehen kapitel 12 ja tatsache ja mal schauen das sind wahrscheinlich die vielleicht danach noch eine vielleicht danach noch zwei folgen dann sollten wir eigentlich durch sein und wir sind auf jeden fall jetzt auf dem richtigen weg weil sonst käme ja nicht der ladebildschirm schöne und vor allem in schmack nah schmack die und Und auf geht's, auf den Lion's Inn. Was ist denn mit? Ha ha ha, keep your eyes on the camera, you'll see soon enough. And keep the mud close, or it'll wake him up. Komm her, boy. Das war das erste Video jetzt, hä? Bleib bei mir, Bullet. Ich geh einfach mal weiter. So ein bisschen Nebel macht uns doch keine Angst. Oh, das ist roter Nebel. Kapitel 13. Durch den Nebel. Was soll ich ausschalten? Warum redest du mit mir im Ladebildschirm? So ein Creep. Ich mach hier auf jeden Fall... Er meint wahrscheinlich. Ja. Okay. Das Licht bringt mir nichts. Bullet. Ah, da bist du. Oh ja, Bullet. Keine Ahnung, ich hab keinen Sack. Du bist ein braver Hund. Bleib bei mir, bleib ruhig. Aber wie wehre ich mich jetzt? Was soll ich in Ruhe lassen? Ja, ist okay. Österreichic Super. Was soll ich dir? Du bist bauma, Alas. nigма clockig. Du bist einer Arien auf jeden Fall imatoire. vos bist? Die Schweren, spreche ich miniature mit dem Schweren. .... Ja. Er jevendig? Ein Wegweiser? Mal schauen, ob ich irgendwas sehe. Ja, okay. Das ist doch ziemlich eindeutig. Aber ich wäre auch so einfach gerade ausgegangen. Also, kann man jetzt nicht sagen, dass er mir jetzt so krass geholfen hat. Ja, was? Hast du dich noch irgendwie einen Hinweis? Ja, was soll ich denn machen? Too close, Ellen. Too close. Seht ihr das auch? Dieser Panzer ist weg. Da steht was. Ach du Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Hast du nicht noch... Ich dachte, ich soll diesen Schildern folgen. Na gut, dann gehe ich halt zurück. Ist okay. Ich weiß nicht, was du von mir willst hier. Aber dein Schild hat mir doch gesagt, ich soll denn lang gehen. Steht das vielleicht falsch rum? Soll ich hier lang? Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ist das ein Hinweis? Ah, jetzt gucke ich durch die Kamera. Und jetzt sehe ich die. Welche kleine Kerbchen. Ich folge diesen scheiß Fallen hier jetzt. Was ist das? Bäume? Baumkreaturen? Ist das Baumgart von Erd der Ringe? Aber dann ist das auch cool. Dann kann der mich ja hier raustragen. Das Problem, Ellis. Just go. Slightly to the left. Ja, just like that. To the right, Ellis. Slightly to the right. You can get what you think. Go on, Ellis. Slightly to the right, Ellis. To the right, Sam. Just like that. Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Good job, Ellis, boy. In der Nähe der Felsen. Okay, das kriegen wir doch hin. Ich sehe sie jetzt nicht mehr, oder? Bullitt, bleib bei mir. Oh, Gott. Hier ist kein Hinweis mehr. Felsen. Felsen eher hier? Von ihm hier, ne? Ich kann nicht glauben, dass ich das machen kann. Was? Hey, Psycho. Was ist das denn? Das Ding bliebt. Don't du dich, wenn du dich nicht bliebt. Lauf, nur die zwei. Bin ich fertig? Junge! Noch mehr? Jetzt schau dich um, ob du es sehen kannst. Die Straße, ob du es sehen kannst. Ja? Okay, Bullet, bleib bei mir. Ganz nah. Bleib bei mir. Bleib bei mir, Bullet! Nein, 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 nein. Was ist das, was du machst? Ich bin vorsichtig. Hey! Stopp fooling around and follow the trail. One more step in those scenes, huh? Warte mal, das ist doch der Weg! You got a step, we show us. Ich folge deinem Pfad. Too close, Ellis. Too close. Er sagt die ganze Zeit, die Spitzung da dran, aber es funktioniert doch, oder? Vor allem sind das doch seine Linien. Vor allem sind das doch seine Linien. Do you blind mice? Do you blind mice? Do you blind mice? See how they run? See how they run... See how they run... They're running away from the temple's wife Kun you cut off the tails while the carming life. Have you ever seen such stories meet in your life? Do you blind lure? Ficks! Alles gut! Wir machen ja keine Spielchenbullets, wir folgen einfach nur diesen Linien, ja? Bleib bei mir und alles wird gut. Ich wollte eigentlich Hilfe von dem haben, aber gut. Dann halt halt die Fresse. Ich sehe keine Monster, ne? Und es lädt, es ist nicht falsch. Ich weiß nicht, was ich? Ja, ich weiß nicht. Das war's für heute. Satisfied? Not quite. There is one more thing. This one's easy. You've done it before. But first, with the mud, it's simple. He'll take you right where you need to go. Bullet! The only sent he'll get is my own. Just do it. Here. Bullet, can I hit you? Bullet? Ah, I can do it again with the light. But why do you go back? Where are we going? Bullet? Okay, great. All right. All right. Yeah, then let me get into it. Nein. Ich bin gehockt, aber... Was machen wir jetzt, Bullet? Das war die Hexe, oder? Hast du die Hexe gesehen? Sag mir, was ich tun soll. Sollen wir weitergehen, Bullet? Bullet, ist alles okay? Okay, komm her, ist alles okay. Kann ich vielleicht jetzt rein? Okay, zum Glück nicht. Ich schreibe dieses Ding jetzt nicht so an mir, dass ich das nutzen könnte, diese Zweige. Ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher, was ich tun soll. Aber sehe ich hier irgendwas? Willst du wieder rein, Bullet? Er geht wieder rein. Aber ich komme hier nicht rein. Da ist nichts, oder? Bullet, 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 Bullet. Was mache ich noch mit dir? Ich gehe einfach mal weiter. Der wird sich doch bestimmt schon irgendwie melden, wenn ich falsch laufe. Das hat ihn ja eben auch abgefuckt. Ein Vogel im Stacheldraht. Was sagt die Uhr? Ich glaube, ich könnte eigentlich nochmal einen Cut machen. Ich muss ja auch nicht so ewig ziehen. Ach, beim letzten Autosave, aktuellster Autosave. Das war aber gerade. Okay, das ist ein komisches System. Man kann nicht wirklich manuell speichern. Er macht einen dauerhaften Speicherstand vom letzten Autosave. Habe ich so auch noch nicht mitbekommen. 13, ne? Ich glaube noch vier Kapitel. Also noch ein, zwei Folgen. Dann habe ich es endlich durch. Ich bin ganz froh, dass nicht mehr, ich kann ja die Brille ausziehen, dass nicht mehr so viele Jumpscares kommen. Aber ich rechne die ganze Zeit mit einem und ich erschrecke mich die ganze Zeit. Und jetzt beendet er die Aufnahme, ne? Jetzt hat er die Aufnahme beendet. Wird schon passen, wird schon passen. Abonniert den Kanal. Brück gefällt mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.